Ah, geht nicht auf. Okay, wir machen es so. Du wirfst mich einfach nach oben durch dieses Loch. Oh, klar. Kabel. Kabel. Na also. Ja, das sollte gehen. Los, rüber! Scheiße, ja. Okay, das ist gut. Dann mal los. Pass auf, wenn du hier hochkommst. Das ist ziemlich windig. Hier drüben. Der Sturm hat echt zugelegt. Wie weit ist es noch zum Kosten? Er kommt gleich nach der nächsten Stadt. Ich komm dir nach. Hey, wie weit ist es noch? Noch ein paar Minuten. Okay. Es wird immer schlimmer. Sollen wir umkehren? Das schaffen wir nicht. Wir haben es fast geschafft. Wir leben. Wir nehmen hier. Dina, wie weit noch? Dina? Dina! Scheiße. Ellie! Oh, Gott sei Dank. Komm schon, geh lang. Wohin gehen wir? Gott frau mir. Ich mach die Tür zu. Du warst schon mal hier? Vorbeigeritten. Ich war nie hier drin. Okay, sehen wir uns mal um. Und dann? Okay. 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 Scheiße, ich seh nach, was da hinten ist. Was ist hier los? Dieses ganze Elektronikzeug? Das muss Eugene's sein. Bist du sicher? Definitiv Eugene's Hütter. Er war ein Firefly? Er diente mit Tommy. Ich hatte keine Ahnung. Ja, das war eine ganz üble Geschichte. Und zwar? Dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat. Tötete drei Soldaten. Und zwei Zivilisten. Scheiße. Und dass er und Tommy einen Fajr-General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht, Tommy würde sowas doch nicht tun. Er war dazu fähig. Was meinst du? Er und Joel haben einiges getan, um zu überleben. Oh mein Gott. Da sind Tommy und Eugene. noch die reinsten Babys. Noch die reinsten Babys. Und der wird dann mit dem Oh mein Gott. Und dahin? Ich weiß nicht, dass wir das Lampte haben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es geht nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass wir die rinstaaten, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh mein Gott. Das ist Gras. Ja, furzt trockenes Gras. Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Hm. Finden wir's raus. Kriegst du's nicht auf? Nein, geht schon. Fuck. Gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Okay. Es... Ja. Scheiß drauf. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Ach. Riecht gut. Riecht gut. Wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Kann ich dich was fragen? Kann ich dich was fragen? Wenn eins richtig unterirdisch ist? Wenn eins richtig unterirdisch ist und zehn überwältigend, wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten. Warum reden wir immer noch darüber? Du hast gesagt, das war ein Fehler. Hab ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine Sechs. Eine Sechs? Wow. Eine solide Sechs. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber Sechs. Oh. Was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaub ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Das halte ich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine Sechs. Das wird hoffentlich besser als eine Sechs. Das hat进ien. Wo sind sie? So da. Und w Hass sie jetzt. 待って. sicher sicher nicht. Ist da! Wir müssen fortsetzen. Ja, ich muss starten. Und bis jetzt gehen . Shit! 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 Get out of here. Get out of here! Ah! Get out of here! I'm done! Get out of here! Get out of here! Get out of here! Ich bin in die Hand. Wir müssen hier weg. Es sind zu viele. Es geht weg. Es geht schon. Na los, hier lang. Hier durch. Oh, shit. Ich bin nicht. Oh, hier lang. Komm. Alles okay? Ja. Wo zur Hölle kamen die alle her? Ist doch egal. Sag mir lieber, wo wir hin sollen. Ich schätze, wenn wir hinten rausgehen, schaffen wir es vielleicht zur Hütte. Wir werden nicht besser sein. Wir müssen alle warnen. Ein Aufräumkommando holen. Jetzt will das hier überstehen. Doch nochmal. Diese Arscher sind überall. Weg! Lose auf der Tür! Lass rechts! 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 Lass rechts rechts! Lass rechts rechts! Lass rechts rechts! Da oben, das Fenster! Das ist unser Ausweg! Wie kommen wir da oben? Hier, damit! Hey, Mädchen! Auf den Karren schieben! Komm rein! Ich schaff die Bantel ans Fenster! Halt es! Wir nicht sehen, dass die Bantel vorbei bleibt! Okay! Ich schmerze! Du? Wann ich übernehmen? Ich schaff das, eine die in den Kippen vom Hals. Armin, es kam noch Position. Ich traue noch eine Minute. Warte so. Warte mir. Die Leute sind von mir. Ich hab's, geh los. Geh los, weiter. Nein. Ich hab dich. Wir näherbleiben. Wohin gehen wir? Hier lang, los. Hey, ich bin Tommy. Das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby, alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit. Ja, es ist meine Freunde. Meine Freunde sind in deinem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus. Bitte klappen. Okay. Ich mach die Tür auf. Okay. Du reitest mit mir. Komm. 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 Outro. Nein, 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 nein!